So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, schön, dass ihr euch dabei seid, Modul der Rechtsform Besteuerung. Ja, eigentlich bin ich mit der Playlist bzw. dem Modul bereits fertig, aber ich habe mir gedacht, ich erstelle noch ein paar DNA-4-Seiten im Fragenkatalog, wo ich ein bisschen Bezug zum einen zur Unternehmensbesteuerung nehme, die wir ja hier bereits behandelt haben. Die entsprechenden Videos findet ihr auf unserem Channel in der Playlist der Unternehmensbesteuerung, so wie auf unserer Webseite im Fragenkatalog und dann wollte ich auf jeden Fall noch ein paar Fragen raussuchen in Bezug auf Einzelunternehmung, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft und internationale Besteuerung, die ich dann auch auf die Webseite packe. Das heißt, ihr könnt damit rechnen, dass noch die nächsten Tage noch ein paar Videos hier erscheinen werden, wo ich einzelne theoretische Fragestellungen hier auflösen werde. Ich werde mich aber stichpunktartig hier halten. Ich werde jetzt nicht alles hier nochmal lang aufdröseln. Das heißt, ich packe euch das Wichtigste unten in die Videobeschreibung hinein. Den Rest findet ihr dann auf unserer Webseite im Fragenkatalog. Dennoch werde ich alles hier verbal bzw. mündlich beantworten. Es geht um die Grundlagen der Unternehmensbesteuerung. Ja, und es bietet sich an, erstmal den Steuerbegriff an sich zu definieren. Und der findet sich im Gesetz. Und zwar, wenn man die Steuergesetze schon hat, dann markiert euch die entsprechenden Paragrafen. Und hier müsst ihr euch den Paragraf 3 der Abgabenordnung markieren. Und da gucken wir kurz rein. Ist bei mir in den Steuergesetzen 2020 relativ am Anfang. Und dann, theoretisch könnt ihr hier auch die Steuergesetze von 2010 verwenden. Denn da wird sich nichts dran geändert haben. So, wir gucken mal. Paragraf 3. Und zwar heißt der Abschnitt steuerliche Begriffsbestimmungen. Und Paragraf 3 steuern steuerliche Nebenleistungen. Und hier einfach nur den Absatz 1 abschreiben. Und ihr habt direkt die Definition, was man unter Steuern versteht. Ja, steuern sie Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an denen das Gesetz die Leistungspflicht knüpft, die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Das müsst ihr einfach nur abschreiben. Da habt ihr hier eure Definition. Ich belasse es jetzt dabei, dass ich das hier nicht alles wieder einzeln abtrage, sondern schreibe hier einfach nur hin, siehe Paragraf 3 Absatz 1 der Abgabenordnung. Damit haben wir eben den Steuerbegriff abgefrühstückt. Ja, dann nehmen sie Bezug zu folgendem Kriterium. Steuern sind Geldleistungen ohne direkte Gegenleistungen. Es geht hier um den letzten Part und zwar ohne direkte Gegenleistung. Im Prinzip nehmen wir uns wieder die Definition aus der Abgabenordnung vor Paragraf 3 Absatz 1 und dort befinden sich einzelne Kriterien enthalten. Ja, und die lösen wir jetzt ein bisschen auf. Und zwar geht es hier darum, dass der Steuerbegriff eben hier differenziert zwischen Gebühren, Beiträgen und Steuern. Gebühren beziehen sich auf die Inanspruchnahme besonderer Leistungen, wie zum Beispiel eine Abwassergebühr oder eine Müllgebühr. Beiträge ermöglichen die Inanspruchnahme von Leistungen, wie etwa ein Studienbeitrag und Steuern beziehen sich weder auf individuelle noch gruppenbezogene Gegenleistungen, zum Beispiel die Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Ich belasse es jetzt dabei, dass ich hier nur einmal hinschreibe, dass der Steuerbegriff hier differenziert. Der Steuerbegriff differenziert zwischen, so und jetzt kommen eben die drei Pakete und die würde ich empfehlen, dass ihr diese definiert. Ich packe euch eine Definition unten auf jeden Fall in die Videobeschreibung hinein. Zwischen Gebühren, Gebühren, dann Beiträge bzw. Beiträgen, Beiträgen und eben den Steuern und Steuern. So und das sind hier, das kann man nochmal zusammenfassen, das sind sogenannte Abgaben. Abgaben, deshalb befinden wir uns hier auch in der Abgabenordnung. Punkt. Welche Möglichkeiten der Steuerlastverteilung gibt es? Nennen und erläutern Sie diese. Auch hier fasse ich mich relativ kurz. Und zwar ist damit die gleichmäßige Auferlegung hier wieder Paragraf 3 Absatz 1 der Abgabenordnung gemeint. Und damit ist eben die Steuerlastverteilung auf drei unterschiedlichen Wegen möglich. Nach dem Divisionsprinzip, nach dem Äquivalenzprinzip und nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Divisionsprinzip, jeder Kopf zahlt dieselbe Steuer. Äquivalenzprinzip, die Besteuerung erfolgt in Abhängigkeit des individuellen Nutzens. Und Leistungsfähigkeitsprinzip, die Besteuerung erfolgt im Rahmen der individuellen Leistungsfähigkeit. Und das möchte ich hier kurz einmal festhalten, die drei Pakete, die ihr natürlich dann entsprechend wieder definieren könnt. Das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also Divisionsprinzip, dann eben zweites Paket. Wir haben hier das Äquivalenzprinzip. Äquivalenzprinzip, ich muss jetzt kurz mal gucken, man schreibt Äquivalenzprinzip. Und eben das dritte Paket, Leistungsfähigkeitsprinzip. Ja, wie auch in der zweiten Aufgabenstellung würde ich hier die entsprechenden Begriffe noch einmal definieren und eventuell noch ein, zwei Beispiele pro Prinzip hier einmal nennen. Denn dann habt ihr auch gezeigt, dass ihr die Begriffe, die unterschiedlichen Verteilungsmöglichkeiten hier auch verstanden habt. Das Ganze erstmal dazu. Dann gehen wir weiter zur nächsten Aufgabenstellung. Welches Einkommen wird in Deutschland eigentlich besteuert und nach welchem Prinzip wird besteuert? Jetzt kann man sich denken, ich muss jetzt hier einmal mich für eine der drei Prinzipien entscheiden. Das ist damit eigentlich nicht gemeint. Komme ich mir gleich darauf zu sprechen. Und zwar erstmal ganz allgemein, die Besteuerung in Deutschland erfolgt anhand der Indienleistungsfähigkeit. Also hier haben wir das Leistungsfähigkeitsprinzip. Das ist relevant für die deutsche Besteuerung des Einkommens. Maßgeblich für die Leistungsfähigkeit ist eben hier das Periodeneinkommen, was besteuert wird. Und in Deutschland dürfen grundsätzlich nur Nettoeinnahmen, also Einnahmen nach Abzug von Werbungskosten, Betriebsausgaben, Gegenstand der Besteuerung sein. Und damit ist das Netto-Prinzip dann gemein. Ich halte das Ganze hier stichpunktartig fest. Also wir haben erstmal das Leistungsfähigkeitsprinzip. So, dann gehen wir über eben zum Periodeneinkommen. Periodeneinkommen. Hier können wir noch den Begriff des Erwerbseinkommens einfließen lassen. Das spare ich mir jetzt allerdings. Und dann haben wir hier eben das Netto-Prinzip. So, das Ganze packt ihr natürlich in zwei, drei Sätzen hinein. Erklärt vielleicht nochmal ein paar Begriffe, die hier auftauchen. Und dann seid ihr mit der Beantwortung der Frage fertig. Ich weiß, dass diese Fragestellung, die ich jetzt hier mir ausgedacht habe, und zwar, ja, welches Einkommen wird in Deutschland eigentlich besteuert? Okay, Periodeneinkommen. Nach welchem Prinzip wird besteuert? Hier könnte man natürlich Leistungsfähigkeitsprinzip nennen können oder Netto-Prinzip. Das ist vielleicht ein bisschen verquert von mir gestellt. Deshalb erwähne ich das hier noch einmal. Ja, was sind die Aufgaben der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre? Nennen und erläutern Sie diese. Wir haben drei Pakete. Wir haben eine Erklärungsaufgabe. Wir haben eine Gestaltungsaufgabe. Einmal gegenüber Personen oder Unternehmen und einmal eben gegenüber der Gesellschaft. Und das möchte ich hier einmal kurz festhalten. Erklärungsaufgabe, ja. Fragt danach, wie natürlich Personen und Unternehmen im Hinblick auf Einkommen, Gewinn etc. handeln. Erklären. Also ganz objektiv erklären, was passiert da eigentlich. Wie handeln die Wirtschaftsobjekte, vor allem die natürlichen Personen und die Unternehmen? Können wir sagen, private Haushalte und Unternehmen. Unternehmen, Gestaltungsaufgabe gegenüber Personen oder Unternehmen. Ja, das Ganze ist dann normativ und fragt eben danach, wie diese in Bezug auf ihre Ziele eigentlich handeln. So, äh, handeln sollten. Punkt. Wie sie handeln, das wäre der erste Punkt gewesen. Erklären, wie sie aber handeln sollten. Das ist ja eine Empfehlung. Das wäre dann eben die Gestaltungsaufgabe. Und dann haben wir eben die Gestaltungsaufgabe gegenüber der Gesellschaft. Und diese fragt eben nach der Steuerrechtsordnung. Wie sollte diese Steuerrechtsordnung eigentlich ausgestaltet werden? Natürlich auch hier im Hinblick auf Ziele. Ja, und das halte ich jetzt hier stichpunktartig wieder fest. Drei Pakete. Ich packe euch auch hierzu wieder was in die Videobeschreibung hinein. Und dann eine Erklärungsaufgabe. Erklärungsaufgabe. Und hier befinden wir uns eben dann auch in der Forschung. Und zwar einmal Steuerwirkungstheorie. Einmal die Steuerplanung. Und einmal, ja, die Gestaltungsaufgabe. Ne, Gestaltungsaufgabe ist ja Paket 2 und 3. So, äh, Erklärungsaufgabe. Dann haben wir Gestaltungsaufgabe. Gestaltungsaufgabe. Und zwar, ja, wobei ich hätte hier auch. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Wir machen das mal ein bisschen anders. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Schreiben wir hier Gestaltungsaufgabe hin. Gestaltungsaufgabe. Und dann haben wir hier eben einmal das Paket 2 und dann hier einmal das Paket 3. So, finde ich, ist ein bisschen übersichtlicher. Und zwar einmal gegenüber natürlichen Personen. Natürlichen Personen oder Unternehmen. Unternehmen und dann eben gegen, aha, ich verschreibe mich jetzt hier. Zum Schluss passieren dann auch wieder solche Fehler hier. Super. So, gegenüber der Gesellschaft. So, das Ganze, wie gesagt, etwas ausführlicher dann in der Videobeschreibung oder auf der Webseite im Fragenkatalog. Das waren jetzt allerdings sehr einfache Fragen. Ich nehme nicht an, dass die in so einem fortführenden, erweiterten Modul, im Master, in so einem Mastermodul, Rechtsformbesteuerung, Steuerrecht als Teil der Marktordnung etc., wie das Modul auch genannt wird, abgefragt werden. Denn, das sind Basics, die man schon vorher eben mit in dieses Modul, in die erste Vorlesung, schon mit hineinnehmen sollte, um so ein bisschen mitreden zu können. Denn, ja, ich finde aber trotzdem, dass die hier dann auch mit in die Playlist hineingehören. Deshalb auch nur stichpunktartig, weil wir das Ganze eben schon besprochen haben, in den Grundzügen der Unternehmensbesteuerung. Das soll zu mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.